Norddeutscher Rundfunk 2021 Fast überall, wo Menschen sind, sind auch Rabenvögel. Was für ein Bild zeichnet wohl das Volk der Krähen von uns Menschen? Ob sie sich manchmal auch wundern über uns? Sie sehen uns sicherlich. Sie haben mich in Kontakt mit uns und erfahren, dass ich nicht gefährlich bin. Der Rundfunk ist das größte Bord zu Menschen. Aber nicht in mir. Die können halt extrem gut Dinge verknüpfen. Die können unheimlich gut bestimmte Muster erkennen. Zwischen den Raben gibt es auf jeden Fall eine sehr ausführliche Kommunikation, die wir bei weitem noch nicht verstehen. Von all we know, New Caledonian Crows are the only species, besides humans, that has invented the hook. Gibt es in den Krähen schwärmen ein kollektives Wissen über uns Menschen? Fürchten sich vielleicht deshalb viele vor ihnen? Wissen Sie? Ja! Da ist etwas anderes. Untertitelung des ZDF, 2020